Die geheimen Tricks der Banken beim Aktienhandel. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen mit Prof. Dr. Holger Graf. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Holger Graf bei mir zu Gast. Holger ist Professor für Finanzmanagement, ehemaliger Goldman Sachs-Banker und erfolgreicher Finfluencer. Mehr als 46.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Ich übrigens auch. Ich feiere seinen Content dort immer sehr, sehr fundiert und gleichzeitig sehr humorvoll aufbereitet. Also wirklich ein echter Tipp. Der Link hängt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Übrigens auch sein Podcast, Marktgeflüster, den er zusammen mit Thomas Kehl von Finanzfluss macht. Und er hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Also es lohnt sich auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbeizuschneiden und einen Blick zu riskieren. Und wenn wir so viel geballte Expertise schon mal da haben, dann wollen wir die natürlich auch richtig anzapfen. Denn, ich habe es eben schon erwähnt, Holger hat für eine der wichtigsten und größten Investmentbanken der Welt gearbeitet, nämlich Goldman Sachs. Und da wird er uns auf jeden Fall mal ein paar exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Wie arbeiten die großen Profi-Anleger eigentlich wirklich, wenn sie Aktien handeln? Ja, was sind die geheimen Tricks? Warum erzielen die immer in der Regel einen massiven Informationsvorsprung vor uns normalos, vor uns Privatanlegern? Ja, also warum ist es kaum möglich, die zu schlagen? All das werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden. Also freut euch da drauf. Die geheimen Tricks, das war wirklich super spannend. Ich habe da auch vieles zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sprechen aber außerdem über Holgers privates Portfolio, welche Änderungen er da so vorgenommen hat. Wir sprechen über die Märkte, über Holgers Einschätzung, wie sich der Aktienmarkt insbesondere weiterentwickeln wird. Und er wird uns darlegen, warum eine Bankenpleite in den USA möglicherweise ein richtig bullisches Event werden könnte. Ja, all das finden wir auf jeden Fall jetzt gleich heraus. Und wenn das Themen sind, die ihr feiert, dann lasst uns doch sehr gerne ein Like da, ein Abo. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt rein ins Gespräch mit Professor Doktor Holger Graf. Hi Holger, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag und vielen herzlichen Dank, dass ich zu Gast auf deinem Kanal sein darf. Aber herzlich gerne, mein Lieber. Ich gebe dir jetzt zum Start traditionell wie immer fünf Stichworte. Ich würde dich bitten, kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay? Ich habe es befürchtet. Ich habe das gestern gesehen, dass du das machst und ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen, weil ich sowas kann nicht. Aber ich würde versuchen es gerne. Okay, ansonsten halt einfach versuch es unter so zehn Minuten zu halten pro Antwort, okay? Ja, es ist schwierig bei meinem Hauptberuf, der dafür ausgerichtet ist, drei Stunden Monologe zu halten. Aber let's go. Ja, genau. Aber ich glaube, wir schaffen das. Also, erstes Stichwort. Goldman Sachs. Ähm, why I left Goldman Sachs? Mhm. Geldschöpfung? Money Printer. Hm? Institutionelles Trading? Was völlig anderes, als was die meisten Leute im Bereich Privatanleger glauben, dass es ist. Ja, vertiefen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Dann, Finfluencer? Schreibt mal mit A am Ende. Sehr gut. Und Hedgefonds? Don't do it. Okay, alles klar. Ey, das hast du auf jeden Fall schon mal gut hingekriegt, finde ich. Ja, das mit den Hedgefonds habe ich mich vorbereitet. Dachte immer, dass du das vielleicht fragst. Äh, okay. Aber der Rest war auch ganz gut. Du, äh, Goldman. Ja. Ähm, du warst bei Goldman Sachs. Und da ist ja die erste Frage, die dann immer so nahe liegt. Also, wie viele One-Nighter musstest du machen? Ähm, tatsächlich eigentlich keinen einzigen. Ich glaube, es gab einen, ein einziges Mal gab es einen Moment, da war ich bis drei Uhr in der Nacht im Office, um dann am nächsten Morgen um neun, glaube ich, beim Kunden zu stehen und dem den Pitch zu übergeben. Das war aber eine einmalige Geschichte, wo ich für an das Team ein bisschen ausgeholfen habe. Normalerweise bin ich immer so morgens um sieben Uhr reingekommen und dann, sagen wir mal, sieben, acht, äh, wieder gegangen. Und fünf Tage die Woche, ganz, ganz wichtig. Okay. Wie ist denn das da eigentlich in so einer Bank? Also, gerade auch in dem Bereich, in dem du gearbeitet hast. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ja. Also, was hast du da genau bei denen gemacht? Ich war im, ähm, Zertifikate-Geschäft. Ähm, man könnte es auch als strukturierte Finanzprodukte bezeichnen. Also, dazu zählen auf der einen Seite dann so diese klassischen, ähm, Turbo-Zertifikate, Tausender Hebel auf Orangensaft quasi, was am Privatanleger verkauft wird. Auf der anderen Seite können das aber dann Tailor-Made-Anlage-Zertifikate sein, die dann für ein Multifamily-Office, für ein Vermögensverwalter oder sonst was aufgeliebt werden. Ja, okay. Und in dieser Abteilung, in der du warst, also, ist das dann wirklich so, wie man sich das so klischeehaft vorstellt? Also, sehr kompetitiv, sehr männlich geprägt, viel Testosteron, viel Ego und, äh, viel Rumgebrülle und so weiter? Oder ist das eher sehr smooth? Also, ich war ja mit dem, äh, Erik Pottsoweit von Scalable Capital im Team. Das war quasi derjenige, der mich eingestellt hat, ähm, und der, der hat mich immer viel, viel angebrüllt, viel angebrüllt. Ähm, nein, 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 nein. Also, die, die Kommunikation ist tatsächlich manchmal, ähm, kurz und knapp, weil wenn du, wenn du quasi gerade im Handelsgeschäft bist und irgendjemand einen Preis zurufen musst, dann, dann hast du halt keine Zeit irgendwie zu sagen, und wie geht's dir eigentlich so? Sondern, dann, dann wird halt relativ im Staccatoton kommuniziert. Aber eigentlich, ähm, ist es durchaus, ähm, sehr, äh, sag ich mal, kollegiales und nettes Umfeld gewesen. Was hat dich denn damals eigentlich so gereizt an, an dem Job? Ähm, ich hab mal irgendwann eine Reportage gesehen, dass Goldman Sachs die Welt regiert. Und da hab ich mir gedacht, wenn ich für jemanden arbeite, dann schon für die Weltregierung. Auf, auf, auf Arte, ne? Auf, Arte. Genau, genau, ich glaub, auf Arte war die. Ja, äh, ne, ich, ich bin ja Finanzmathematiker und kam so ein bisschen aus dem Bereich Derivate. Und wenn du sagst, okay, gut, du willst darin dann auch, ähm, beruflich tätig werden, dann bietet sich natürlich so eine Derivateabteilung von so einer Bank an. Ähm, und dann hatte ich mich da relativ blauäugig fast schon bei Goldman beworben. Bin dann dort auch genommen worden, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Warum? Weil ich hätte mich selber nicht eingestellt. Ähm, hatte keine relevanten, keine relevanten Praktika, keine wirkliche Auslandserfahrung, außer einmal, ähm, in England an so einem Institut. Und das ist eigentlich nicht das, auf was ich dann später selbst geachtet habe, wenn ich Praktikanten angestellt habe. Deswegen weiß ich bis heute nicht, warum sie mich eingestellt haben. Aber ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Ja, also Biss, Motivation, Wille, all sowas, oder, oder dein Humor? Den, den Humor, glaube ich, mögen viele Leute nicht, dementsprechend. Ähm, nee, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe, äh, das allererste Interview, das ich geführt habe, war mit dem Erik Potts so weit. Und vielleicht hatte der einfach Mitleid mit mir und hat sich gedacht, okay, gut, den, den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Hm, okay. Aber nimm uns doch einfach mal mit in diese Welt, ähm, mit den, mit den richtig großen Jungs, die richtig großen Fische. Also ich habe ja eben schon das Stichwort institutionelles Trading genannt. Und du hast gesagt, okay, das ist komplett anders als das, was man so, als, als, wie man sich das so vorstellt. Was ist denn da so, so wirklich anders? Also, ähm, die generelle Vorstellung, die ja gefühlt bei vielen Anlegern, gerade im Retail-Bereich vorhanden ist, ist, dass, wenn man da sich so einen, so einen Trader in der Bank anschaut, dann sitzt da irgendwie jemand vor so zehn Bildschirmen und setzt dann da auf steigende oder fallende Märkte, malt vielleicht noch irgendwelche Linien in den Chart rein und geht dann long oder short. Und, ähm, das hat tatsächlich, also die Bildschirme stimmen, die sind tatsächlich richtig. Ähm, aber ansonsten hat es, hat es relativ wenig mit dem zu tun, was in der Realität passiert. Also, ich würde mal sagen, so 90 Prozent der Händler in Banken sind eigentlich, ähm, sogenannte Flow-Trader. Das heißt, ähm, du hast eigentlich, gehst nicht quasi morgens ins Büro und glaubst an steigende oder fallende Märkte, sondern du bist im Wesentlichen ein Liquiditäts-Provider für institutionelle Kunden. Das heißt, wenn ein institutioneller Anleger eine Order hat, dann kann er dir diese Order geben. Du führst die Order für ihn aus, je nachdem, gibt es verschiedene Kriterien, nachdem du das machen kannst. Und du versuchst aber an der Order zum Beispiel Geld zu verdienen. Wenn du zum Beispiel, äh, vielleicht noch ein Beispiel, bloß kurz, wenn du, wenn du weißt, dass ein, ähm, eine große Order reinkommt, da können wir, je nachdem, wie du möchtest, auch noch ins Detail gehen, das ist ganz witzig, zum Beispiel bei, bei den, ähm, Rebalancing-Trades vom, vom MSCI World und den verschiedenen MSCI-Indizes. Dann weißt du ja zum Beispiel, okay, gut, wir kündigen ja im Vorfeld an, da rutscht jetzt irgendwie für die Linde ein anderer Wert. Gut, das war jetzt DAX, kein MSCI. Aber, ähm, irgendein Wert steigt ab, irgendein Wert steigt auf. Das wird dann im Vorfeld angekündigt und dann weiß halt jeder, zu diesem Stichtag passiert das Ganze dann. Und dann kannst du dir halt ausrechnen, okay, gut, auf diesem Index gibt es so und so viele passive ETFs. Das sind eigentlich alles potenzielle institutionelle Käufer, die dann quasi an dem Tag, wo dieser Wechsel stattfindet, meistens im Closing eine entsprechend große Kauf- oder Verkauf-Order reinsetzen, je nachdem, ob der Wert jetzt gerade aufsteigt oder der Wert absteigt. Und so kannst du dann quasi antizipieren, aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung in der Bank und den eigenen Modellen in den Banken, was da an Volumen kommen wird und dich vielleicht im Vorfeld dann schon eindecken, um diese Order dann auch tatsächlich ausführen zu können. Ah, okay, aber Moment, Moment, Moment. Also die kennen ja die Orderbücher. Die kennen ja die Orderbücher. Und die haben ja auch die Erfahrung. Also die wissen ja, okay, die Rebalancing-Stichtage. Das ist ja jetzt noch nichts Verwerfliches. Und die können dann auch wahrscheinlich anhand von bestimmten Aktienkursbewegungen sehen. Also hier zum Beispiel die NVIDIA, die wird jetzt mehr Gewicht haben im MSCI World. Und dafür steigt zum Beispiel, was weiß ich, eine VW, die wird irgendwie runtergewichtet oder so. Und dann positionieren die sich im Vorfeld eigentlich auch schon so, dass die sich mit diesen Aktien dann im Vorfeld schon entweder eindecken oder die halt shorten. Genau. Ganz wichtig muss man aufpassen, das kann halt illegal werden. Wenn du vom Kunden eine Order hast, wenn der Kunde sagt, hey, ich will hier ein Telekom-Aktienpaket verkaufen und du verkaufst dann schnell vorher selber und dann machst du erst die Kundenorder, das wäre verboten. Wenn du aber nicht weißt, du weißt ja nicht sicher, welche Order kommt, du hast ja keine Order vorliegen, und du antizipierst bloß, dass da vielleicht was passiert, dann ist es eigentlich okay. Dann ist es okay, okay. Ja. Und wie ist das? Also du verdienst dann nur an der Order. Meinst du, du hast dann quasi nur die Provision? Ja? Also du bist derjenige, der das Ganze ausführt, den Prozess macht und dann also auch dafür sorgt, dass da auf der anderen Seite jemand ist sozusagen, der dir das Paket dann abnimmt. oder machst du dann auch wirklich den Markt, dass du die erst mal aufs eigene Buch nimmst? Also vielleicht ganz vorfällt noch, ich komme ja aus dem Derivate-Bereich. Das heißt, dieses Beispiel, was wir da jetzt erzählen, das hatte nichts mit meinem Arbeitsalltag zu tun. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie eben institutionelles Trading funktioniert. Und jetzt sagen wir mal ganz vereinfacht, nehmen wir mal irgendeine Aktie, einfach weil ich dazu mal einen Instagram-Beitrag gemacht habe, die, wer ist damals aus dem MSCI Switzerland abgestiegen? Komme ich gar nicht. Die Credit Suisse. Die Credit Suisse ist abgestiegen, weil die noch gerne mal da war. Und die Helvetia, die Helvetia, das ist so eine Versicherungsgesellschaft, die ist aufgestiegen. So, und in dem Moment, wo du quasi weißt, als Flow-Trader bei Goldman zum Beispiel, okay, die Helvetia, die wird aufsteigen, dann kaufe ich diese Aktie jetzt schon. Wohlwissend, dass in drei Wochen, im Closing dann, die entsprechenden Kauforders von den passiven ETFs zum Beispiel reinkommen müssen. Also ich nehme die aufs eigene Buch bis dahin. Man nennt das dann auch Pre-Positioning, weil ich muss sie ja später eh verkaufen, also ich brauche sie später. Man kann schon argumentieren, ich brauche sie später auf jeden Fall. Das kann ich sie ja jetzt schon drei Wochen vorher aufs Buch nehmen und kann sie dann später eben dem passiven ETF vereinfacht gesprochen verkaufen. Ja, aber das ist ja eigentlich etwas, was man zumindest so in der Theorie als Privatanleger vielleicht sogar selber auf dem Schirm haben könnte. Ich meine, dass jetzt Aktien in einen Index aufsteigen oder im Index absteigen oder dass die halt vielleicht auch besser gelaufen sind und deswegen später bei, ja in großen Indizes dann auch nochmal gewichtet werden müssen, anders gewichtet werden müssen. Das könnte man ja theoretisch auch so ein bisschen in seine eigene Privatanleger-Strategie integrieren, oder? Ja, aber jetzt kommt's. Das Problem ist, es gibt ja nicht bloß passive ETFs, die jetzt zum Beispiel diesen MSCI Switzerland als Benchmark haben, sondern es gibt ja auch aktive Fonds. Die aktiven Fonds sind ja meistens oder oftmals sind es so Index-Hugger, die kaufen halt den Index nach zu Mehrkosten. Die würden auch die Helvetia-Aktie kaufen. Die machen es aber vielleicht nicht im Closing rein. Die machen es vielleicht schon zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher. Jetzt hast du quasi zusätzliche Nachfrage von Kunden, die nicht mehr so leicht zu durchschauen sind, wo du vielleicht eher aufgrund deiner eigenen jahrelangen Erfahrungen hast, okay gut, die DWS, die wird dann reinkommen mit der Order und die DK, die kommt dann zwei Tage später normalerweise mit der Order. Also das ist was, das weißt du als Privater schon nicht mehr so. Aber das Schlimmere, das Schlimmere ist vermutlich, wie du sagst, das ist ja total obvious, jeder weiß ja, wie viele ETFs da gibt auf den Index, jeder kann dann ausrechnen, wie viel die kaufen müssen. Jetzt musst du aber als zum Beispiel, als wenn du jetzt eine Flowtrader bei Goldman bist, dann musst du ja nicht nur wissen, wie viel die ETFs später kaufen, wie viel die aktiven Fonds vorher schon kaufen, sondern du musst auch wissen, wie viel deine Counterpart bei Morgan Stanley und bei JP Morgan, wie viel die auch schon vorher gekauft haben, damit später es nicht zu viel Angebot gibt. Mh, 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 ja. Und das ist was, was tatsächlich oft schief geht. Ja? Da merkst du dann, ja, bei der Linde zum Beispiel war es so, als die Linde aus dem DAX raus ist, könnte man ja sagen, okay, die steigt jetzt aus dem DAX aus, also muss irgendwie die Aktie fallen. Tatsächlich ist sie aber dann ins Closing rein, ich glaube, in drei Prozent oder so gestiegen. Und die Erklärung ist, weil zu viele Leute sich short positioniert haben vorher, die mussten dann alle zurückkaufen, dann gab es aber gar nicht so viel Angebot von den ETFs, zu viele mussten zurückkaufen, hat die Aktie hochgetrieben. Okay, ja, ja. Also, ein Short Squeeze, äh, nee, Quatsch, ein Squeeze ist es eigentlich, nee. Ja, eigentlich schon. Ich habe doch, ein bisschen schon, ja, kann man schon so sagen. Ja, 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 okay. Aber wie ist denn das eigentlich bei so ganz krassen Kursbewegungen, zum Beispiel, die an einem Tag stattfinden? Also zum Beispiel, ein News-Event ist ja immer quasi ein Anlass dafür, dass die Kurse sich dann wirklich sehr stark in die eine oder andere Richtung bewegen. Nvidia, die Zahlen Q4, die Aktie nachbörslich dann wirklich nochmal explodiert. Wir hatten jetzt kürzlich den Fall, dass Zalando auch sehr, sehr gute Zahlen gebracht hat, nachdem die jahrelang eigentlich nicht gut gelaufen ist und dann an einem Tag knapp 20 Prozent nach oben geschossen ist. Wie läuft denn so was ab? Also sind das dann halt eigentlich nur die Algorithmen, die das Ding so nach oben jessen, die sich dann selbst verstärken? Oder sitzen da auch Leute tatsächlich, die dann wirklich manuell sagen, also ja, okay, jetzt holen wir uns da mal 100.000 Stücke? Also auf der einen Seite ist es natürlich, wenn du auf Sekundenbasis quasi solche Bewegungen siehst, dann wird natürlich auch viel irgendwie durch algorithmischen Handel erzeugt. Du hast aber da auch Leute, die manuell dann überlegen. Aber die sind natürlich im Zweifelsfall ein bisschen, ich sag mal, langsamer. Und wenn die Aktie dann irgendwie schon fünf, sechs, sieben Prozent hoch ist, dann musst du dir überlegen, okay, mache ich es jetzt auch noch oder ist sie jetzt eigentlich schon zu weit gestiegen? Aber generell, sag ich mal, ist das Interessantere dann vermutlich eher schon wieder, dir Informationen zu holen, die vielleicht noch nicht der breiten Öffentlichkeit verfügbar sind, die du aber aufgrund deiner tiefen Vernetzung im Markt, sag ich mal, vielleicht einen Ticken früher bekommst. Und darf ich da noch ein Beispiel bringen? Da gibt es noch ein schönes. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Es gibt sogenannte Pre-Closing Calls bei Unternehmen. Also generell, wenn du in der Investor Relations Abteilung von einem Unternehmen arbeitest, was die ungern wollen, ist Earnings-Volatilität. Also die wollen nicht, wenn die Zahlen kommen und dann der Kurs schwankt wie verrückt. Das findest du eigentlich nicht so gut. Du hättest lieber, dass der Smooth Sailing ist, weil es einfach auch viele Anleger, vor allem Institutionelle gibt, die mögen keine Volatilität, wenn der Kurs zu volatil ist, dann allokieren die weniger in deine Aktie rein. Und man kommt zu starken Schwankungen nach den Zahlen, wenn die Zahlen halt nicht das sind, was erwartet worden ist. Und gleichzeitig kann man sich fragen, wie kann das eigentlich sein, dass von den Unternehmen immer so 70 bis 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen schlagen? Und zwar konstant, über Jahre. Wie geht das? Und die Antwort ist, es gibt diese Pre-Closing-Calls, also quasi ein paar Wochen vor den Quartalszahlen nimmt deine Investor-Relations-Abteilung das Telefon in die Hand und ruft nacheinander die Analysten bei den Banken an und sagt denen so durch die Blume, also deine Guidance, da nimmst du mal ein bisschen runter und da nimmst du mal eher das obere Ende an. Also sagt denen im Prinzip, wie sie ihre Zahlen ein bisschen anpassen sollen. Und was es da jetzt lustigerweise gibt, ist manche Vorfälle. Da weißt du, okay, jetzt gerade sind diese Pre-Closing-Calls, weil die werden oft offiziell angekündigt, finden es dann auch auf der Homepage. Die meisten machen das aber nicht öffentlich, sondern da ruft wirklich der Mensch in der Investor-Relations-Abteilung nacheinander die Banken an. Manche machen es in einem breiten Call für alle, das ist fair, aber manche machen es nacheinander. Und dann weißt du, okay, gut, jetzt ist gerade das zweite Telefonat erledigt, und plötzlich steigt die Aktie massiv. Und die Antwort ist, da hat halt der Analyst in der Bank aufgelegt und seinen guten Kontakt bei Point72 angerufen und gesagt, du, folgendes hat mir der gerade gesagt, überleg mal, was du damit machst. Okay, aber das ist dann natürlich, das ist jetzt, das ist nicht mehr legal, oder? Du kannst das durch, also das muss deine Compliance-Abteilung in der Bank entscheiden, aber es gibt zum Beispiel einen Trick. Einen Trick ist, du hast den von der Firma auf der Leitung und tippst nebenbei schon dein Research-Report. Einfach, du hast es schon vorgeschrieben und tippst nur schnell die Zahlen da rein. Dann lädst du diesen Report eine Sekunde nach dem Telefonat auf deiner Bankseite hoch, wo die institutionellen Kunden alle Zugriff haben. Aber es sieht ja keiner, es ist ja gerade erst hochgeladen worden und dann rufst du schnell deinen Lieblingskunden an. Alles klar, okay. Ja, Wahnsinn. Dann passt es. Ja, ja. Das ist ja, also, das ist ja ein, das ist ein Ding. Und das ist, das findet in dieser, in dieser, bevor diese Periode beginnt, wo du halt vor den Quartalszahlen oder vor den Zahlen dann eigentlich nichts mehr sagst. Das sind ja, glaube ich, mal so vier oder sechs Wochen vorher, ne? Und dann machst du dann zwei, drei Tage vorher, machst du, rufst du noch alle deine, die Leute, die dich covern an und gibst denen dann durch die Blume schon mal sozusagen das Zahlenwerk durch. Genau. Und der, der, der Analysten der Bank gibt es dann seinem Lieblings-Hedgefonds Kunden weiter und dafür allokiert der Hedgefonds vielleicht später in einer anderen Aktie die Orders bei dem, dass die Bank dran verdient. Also die Bank verdient dann daran, weil sie später dann die Orders von dem, von dem Fonds vielleicht ausführen darf. Das ist nach Mifid 2 nicht so ganz direkt mehr erlaubt, aber wenn du ein bisschen wartest, eine andere Aktie nimmst, dann, dann geht's eigentlich. Ja, ja, okay. Das bedeutet, institutionelles Trading nochmal. Du hast vorhin schon gesagt, also das ist was komplett anderes als das, was man sich vorstellt. Also die sitzen da eben nicht vor Fibonacci-Linien und zeichnen da noch und checken, wie ist der immer CD und so weiter. Also das findet eigentlich gar nicht statt oder ist das eine Disziplin, die halt nur nicht mehr, nur nicht mehr so intensiv stattfindet, weil die Eigenkapital-Vorschriften insgesamt so, ja, so explodiert sind und das Ganze halt sehr, sehr teuer ist. Also auf der einen Seite kannst du eigentlich als Bank so einen richtigen Eigenhandel ja nicht mehr machen, wie du sagst. Auf der anderen Seite hast du es auch so, da gibt es ein schönes Interview mit Jim Simons vom Medaillon for Renaissance Technologies, kennt man vielleicht so, eine der best-performensten quantitativen Fonds, die es gibt, hat kapazitätsbeschränkt bei 10 Milliarden. Der sagte, also früher, früher in den guten alten Zeiten haben sie wirklich so ganz dumm auf so Muster in Rohstoffcharts gehandelt. Das war super profitabel. Aber das Problem ist halt, irgendwann weiß das halt jeder und dann funktioniert es nicht mehr. Deswegen gibt es auch von von D.I. Sean, ist auch so ein quantitativer Asset Manager, von dem die Aussage, sie suchen eigentlich Muster, die keinen Sinn machen. Weil alles, was Sinn macht, kennt eh jeder. Du brauchst irgendwas, was kein Mensch kennt, wo du noch eine Edge hast, bevor es die Leute entdecken. Deswegen, früher gab es vielleicht so einfache Methoden, die funktioniert haben, das funktioniert eigentlich heute alles nicht mehr. Und klar guckt sich ein Händler in der Bank schon auch mal einen Chart an, aber es ist jetzt nicht so, dass du da eben den Fibonacci Retraction Level reinmachst und genau da sitzt da deine Orders. Das sind, du hast als Händler in der Bank viel, viel, viel bessere Informationen als quasi in Anführungszeichen nur auf den Chart zu gucken. Nämlich um, du hast den Research der Bank, dann weißt du, was deine Kunden regulär machen, du weißt, dass die Kunden früher gemacht haben, du weißt vielleicht, was in anderen Aktien gerade an Orders reingekommen ist. Also du hast einfach ein viel, viel besseres Bild, was im Markt passiert und dieses Bild kannst du halt als Privatanleger eigentlich nie haben. Deswegen bist du als Privater strukturell im Nachteil, du hast einen einzigen Vorteil, sorry, dass ich viel rede, du hast einen einzigen Vorteil, du bist halt als Privater klein. Das heißt, du kannst als Privater Sachen machen, die als Institutioneller keinen Sinn machen. Du kannst, wenn du eine Handelsstrategie findest, die quasi bis zu 500.000 Euro gut funktioniert, dann behalte die für dich, erzähl sie niemandem und werde dadurch reich. Aber das bringt uns die Kunden jetzt wenig, weil mit 500.000 Euro, da kannst du nicht viel mit anfangen. Ja, und besonders, also wenn du ein Fonds bist, dann hast du da deine, dann hast du deine Vorgaben, dann darfst du ja auch nicht alles, dann hast du noch die, das Usage und so weiter. Also das bedeutet, erst mal, du darfst nicht alles in eine Aktie da rein allokieren. Also ich glaube, bei 10% ist der Deckel. Du darfst nur so und so viel Cash halten und so weiter. Ich weiß, ich glaube, es ist sogar festgeschrieben, bis wohin du short gehen darfst, ob du das überhaupt darfst und so weiter. Da ist man dann als, als kleiner Anleger sozusagen wirklich im Vorteil, weil man ja grundsätzlich komplett alles machen kann, was einem, wonach einem gerade ist. Genau, das ist absolut richtig. So, so öffentliche Publikumsfonds im Usage-Mattel oder sonst was, die sind natürlich sehr restringiert. Aber du hast ja als Alternative dann auch solche, solche großen Podshops oder Hedgefonds, wie man sie auch bezeichnen würde, wie eine Citadel, wie ein Millennium und Co., wo deren Händler im Prinzip in ihrer Nische auch im Wesentlichen alles machen dürfen. Aber mit viel, viel mehr Volumen. Dementsprechend kannst, ist es theoretisch denkbar, dass du es privater was findest, was vielleicht andere auch gefunden haben, aber nie ausgenutzt haben, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich sage nicht, dass jetzt jeder rausgehen soll und das machen, weil es schon sehr unwahrscheinlich ist, dass du sowas findest. Aber theoretisch ist es zumindest denkbar. Aber als ich dir vorhin die Stichworte gegeben habe, da hast du schon bei Hedgefonds gesagt, also den Wortlaut gehe ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber eher Finger weg, so in der Richtung war das. Also es war eher negativ konnotiert. Warum? Weil das Problem ist, dass der durchschnittliche Hedgefonds scheiße ist. Genau wie der durchschnittliche Aktienfonds. Und schon haben wir eine Überschrift. Und schon haben wir eine Überschrift. Danke. Fände ich super, wenn das am Ende die Überschrift wird. Du hast bei den aktiven Aktienfonds, die nur Long Only gehen, da ist es nicht so schlimm. Die sind meistens von der Performance ja sehr eng, weil die meisten kaufen halt den Index nach. Kommst oftmals mit einem passiven ETF besser raus, aber wenn du jetzt einen zufällig ausgewählten Aktiven vornimmst, der ein MSCI World als Benchmark hat, dann machst du normalerweise nicht so viel falsch, wie wenn du einen zufällig ausgewählten Hedge vornimmst. Da ist einfach die Manager Dispersion viel, viel größer. Also quasi der beste Hedgefondsmanager performt signifikant besser als der schlechteste Hedgefondsmanager. Dieser Abstand ist quasi bei klassischen Long Only Aktienfonds nicht so groß normalerweise. Okay. Holger, du bist ja auch Finfluencer, also du warst nicht nur bei Goldman, bist jetzt Finanzprofessor, sondern du bist auch sehr aktiv auf Instagram, hast da einen sehr guten Instagram Account, der einerseits sehr lehrreich ist und andererseits auch sehr humorvoll gestaltet. Also ich finde den auf jeden Fall sehr stark. Danke. Gibt es aber Dinge, die dich an Finfluencern, ja, ich zähle mich jetzt einfach mal irgendwie mit dazu, auch wenn ich den Begriff eigentlich nicht so richtig mag, gibt es Dinge bei Finfluencern oder so Entwicklungen, die dich auch richtig stören, auf die Palme bringen? Ja, wenn, ich mag es grundsätzlich nicht, das hat nichts mit Finfluencern zu tun, ich mag es einfach per se nicht, wenn Leute übertreiben. Also, in der Finfluencer-Szene ist ja so der Klassiker, du postet halt nur deine Gewinn-Trades zum Beispiel. Ich habe mal einen gesehen, hat ein Depot gepostet, schon ganz lang her, kann jetzt keiner identifizieren, wer es war, da waren einfach zehn Hebeloptionsscheine drin, die alle 100% im Plus waren. Das wird dann halt so vermittelt, hey, wenn du jetzt mein Coaching buchst, dann zeige ich dir das auch. Aber es ist super easy, ich kann dir auch ein Depot machen, wo zehn Optionsscheine drin sind, die alle 100% im Plus waren. Ich starte einfach und komme direkt Depot, dann kaufe ich 100 Optionsscheine und eine Stunde vor dem Video verkaufe ich alle, die im Minus sind. Also, ist es nicht so schwer, sowas zu erzeugen? Und, oder wenn man sich irgendwie als, ich glaube, so kann man es sagen. Wenn man sich gezielt versucht, sehr toll darzustellen, also mir ist aufgefallen, dass so die besten Investoren auf der Welt, jetzt nehmen wir mal keine Quant, sondern nehmen wir mal Stanley Druckenmiller, den man ja vielleicht kennt. Übrigens solltest du den mal als Interviewgast auf dem Kanal anfragen. Das habe ich mir Thomas auch schon gesagt. Das wäre legendär. Druckenmiller gilt ja als Mr. 30-30-0. 30 Jahre Track-Record, 30% per annum, kein einziges Verlustjahr. Den hast du noch, den würdest du nicht finden, dass er dir in einem Interview sagt, wie geil er ist. Eigentlich sagt er in einem Interview die ganze Zeit, wie scheiße er eigentlich ist und wenn er dir so an seinen Trades erzählt, dann erzählt er dann meistens das, wo er richtig viel Geld verloren hat. Und das finde ich, dieses Understatement, finde ich, diese Demut auch vor Mark, diese Demut vor Mark, du weißt einfach nicht, was passiert. Du kannst so gut dein Research gemacht haben, du kannst da am Ende so auf die Fresse kriegen. Diese Demut vor Mark, die vermisse ich, glaube ich, bei vielen Leuten. Jetzt nicht jedem, um Gottes Willen, es gibt auch super viel gute Finfluencer. Jetzt so generell, wenn du mich nach was fragst, nach was festnagelst, dann würde ich das sagen. Wie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab eine Forderung von den Grünen kam die, dass also Werbung für Finanzprodukte von Finfluencern zum Teil verboten oder mindestens mal noch stärker reguliert werden sollte, als aktuell der Fall ist. Würdest du sowas begrüßen? Grundsätzlich finde ich das gut. Es ist bloß, glaube ich, schwer, weil wenn da Finfluencer in Dubai sitzt, wie willst du den mit dem deutschen Recht fangen? Irgendwo habe ich mal den Vorschlag gesehen, vielleicht kam das auch von den Grünen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass man doch die Firma, die die Werbung bezahlt, für die Werbung gemacht wird, die haftbar macht. Das ist dann viel, viel leichter, dass die diese Firmen anfangen, nicht mehr mit unseriösen Leuten zusammenzuarbeiten. Gut, dann hast du trotzdem Firmen, die dann irgendwie so ein klassisches Typ an Passporting machen und irgendwie im Ausland sitzen, an die kommst du dann auch nicht ran. Aber zumindest kannst du es ein bisschen eingrenzen, wenn unseriöse Werbung passiert. Ja, okay, ich verstehe den Punkt. Das Ding ist nur, wo fängt seriös an und wo unseriös. Und ja, gibt es da nicht vielleicht sogar auch einen Graubereich? Wenn man jetzt zum Beispiel wie den Maskenmann in Dubai nimmt, dann ist das vielleicht auch relativ leicht. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo man so sagen könnte, ja, also wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Und wären dann also auch solche Dinge wie Just ETF, Extra ETF, andere, die zum Beispiel mit Affiliate-Links ziemlich viel machen, wären die davon auch betroffen? Und warum gelten die als seriös? Aber der Instagramer mit 50.000 Abonnenten irgendwie, der vielleicht auch so einen Scalable-Deal hat, der gilt als unseriös oder so. Ja, ich bin voll bei dir. Also deswegen will ich auch kein Regulator sein. Als Regulator hast du eigentlich immer die Arschkarte gezogen. Ja, es ist ja wirklich so. Du musst dir was überlegen, wie du die Bösen bekämpfst, aber gleichzeitig die Guten, wenn ich einfach mal so plakativ bin und die Welt im Bösen-Gutteil, denen nicht schadest. Und das ist sau kompliziert und sau schwer. Deswegen möchte ich nicht in den Fußsohlen, Stiefeln der BaFin sitzen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ist angekommen. Holger, wie investierst du denn eigentlich? Ich habe irgendwo mal, glaube ich, ein Video von dir wahrgenommen, wo du erzählt hast, ich glaube, mit der Börse Stuttgart, dass du 100 Aktien im Portfolio hast. Ist das wahr oder habe ich das falsch wahrgenommen? Das hast du richtig wahrgenommen, aber das war quasi die Vergangenheit. Dieses Portfolio in der Form existiert nicht mehr. Das hatte bei mir folgenden Grund. Ich habe lange, lange Zeit hauptsächlich passiv investiert mit ein paar kleineren YOLO-Wetten dazu. Das waren dann teilweise Einzelaktien, teilweise irgendwie Optionsscheine. Mit Corona habe ich dann viel Zeit gehabt plötzlich. Dann habe ich angefangen, mir ein 100 Einzelwerte-Depot aufzubauen und mich an der Asset-Allokation ein bisschen so an diesem Endowment-Modell orientiert. Wenn gleich die Asset-Allokation nur ein Teil davon ist, der andere Teil ist, die besten Manager zu finden, um das umzusetzen. Das kannst du das Private halt oftmals nicht. Aber ich habe mich da ein bisschen daran orientiert. Dann ist aber was passiert. und ein von mir sehr geschätzter Mensch, Cliff Asnes von AQR, hatte mal erzählt, er hatte Zwillinge bekommen und ein Jahr später hat er nochmal Zwillinge bekommen und das war eigentlich so der größte Fehler im Risikomanagement, den er jemals gemacht hat. So würde ich das nicht nennen, aber wir haben auch Zwillinge bekommen. Und dementsprechend stellt er sich dann schnell raus, dass einfach die Zeit nicht mehr da ist, sich um ein 100 Einzelwerte-Depot zu kümmern. Dementsprechend habe ich es aufgelöst. Und dann gab es noch ein paar andere private Entwicklungen, die dazu gesorgt haben, dass mein Portfolio im Moment so aussieht. Es hat eine relativ große Cash-Position, die ich aber ignoriere. Die wird irgendwann wieder investiert werden können, nur vielleicht jetzt noch nicht. Das wird noch ein Jahr dauern. Und der Rest vom Portfolio ist hauptsächlich in Hedgefonds investiert. Also aktive Fonds. Das Böse, was man eigentlich nicht machen darf. Ja, okay. Sag mal, wie blickst du denn eigentlich auf die Märkte? Also du hältst ja deine Follower auf Instagram da auch immer mit so Tagesreports up to date. Also mal kurz so eine Summary zusammengefasst. Was ist heute los? Und ich nehme da so, also ich verfolge das immer und finde die Zusammenfassung immer wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde da mal Folgendes mitnehmen, so als Summary, wie du diese Phase irgendwie wahrnimmst. Dass du so ein bisschen leicht verwundert auf die Aktienkursentwicklung schaust und gleichzeitig auch auf die Zinsentwicklung. Und ich habe so das Gefühl, dass das aus deiner Sicht manchmal nicht so richtig zusammenpasst. Also braut sich da aus deiner Sicht ein bisschen was zusammen an den Märkten? Schwierig darauf eine Antwort zu geben. Also die Antwort könnte erst mal pauschal Ja sein, aber dieses Ja kannst du schon seit über einem Jahr geben. Und es ist trotzdem weiter gestiegen. Also was du bemerken kannst, deswegen habe ich, was du Geldschöpfung gesagt hast, habe ich zum Spaß Money Printer gesagt. Auch wenn das natürlich nicht richtig ist, wird ja kein Geld tatsächlich gedruckt. Aber die Anleihekäufe der Notenbank, die sich letztlich in der Bilanzausweitung von den Notenbanken wiedergespiegelt haben. Du kannst zeigen, dass so die letzten 10, 12 Jahre, wenn du die letzten 2 oder 1,5 Jahre ignorierst, du eine super hohe Korrelation hattest zwischen den Notenbankbilanzen und S&P 500 oder MSCI World. Es ist eigentlich egal, was du willst. Was ja auch ökonomisch total Sinn macht. Wenn die Zentralbank Geld druckt und eine Anleihe kauft, dann drückt sie damit Zinsen nach unten, dann hast du einen niedrigen Discountfaktor, dann müssen Aktien hochgehen. Es gibt auch noch andere kausale Begründungen, aber es macht schon total Sinn, dass es so ist. Jetzt ist aber das Spannende, dass die Notenbanken eben ihre Bilanzen reduzieren. Reduziert haben ist falsch, sie reduzieren sie ja immer noch. Gleichzeitig aber der Aktienmarkt nach diesem kurzen Dip, Ende 2022, dann seitdem wieder weiter steigt. Und du plötzlich so einen Gap hast, der sich quasi ausbildet, in den Notenbankbilanzen oder Liquiditätsmaßen, was auch immer du da ranziehen willst, kannst mehrere Maßzahlen nehmen und den Aktienkursen. Das ist halt erstmal verwunderlich. Und gleichzeitig, dass halt die inverse Zinsstruktur anhält und Aktien trotzdem so durchstarten. Ich glaube, das ist auch relativ einmalig. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber zumindest sagen wir mal verwunderlich, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich würde es dir sofort glauben. Ich meine, inverse Zinsstruktur hat in der Vergangenheit immer auf eine Rezession hingedeutet. Die inverse Zinsstruktur hat sogar die Corona-Rezession vorher gesagt. Auch wenn man da jetzt anzweifeln darf, ob das wirklich kausal war. Aber du hast eigentlich immer eine Rezession gehabt, wenn die Strukturkurve inverse war. Diese Rezession vermissen wir im Moment noch. Außer du nimmst dieses zwei negative Quartale. Dann gab es das in den USA auch schon. Die definieren das aber ein bisschen anders. Dementsprechend, da gab es zumindest jetzt doch keine. Die andere Frage ist aber, ob eine Rezession wirklich schlimm ist. Weil eine Rezession würde ja bedeuten, dass die Notenbanken vielleicht plakativ gesprochen mit Moneyprinter wieder anfangen können. Also Bilanzausweitungen, Anleihekäufe, sonst was. Und man hat ja gesehen, dass letzten März, vor fast einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr jetzt, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, so dieses ganze Jahr, wir bauen die Bilanz ab, restriktive Geldpolitik, von einem Tag auf den anderen war das für einen Arsch. Und wir haben durch das BTFP-Programm direkt unsere Bilanz wieder erweitert kurzfristig. Das, glaube ich, hat der Markt verstanden, dass sowieso die Bilanzausweitung zurückkommen wird. Der Moneyprinter, sprichwörtlich, kommt eh zurück. Und dann kaufe ich halt jetzt schon, weil ist ja egal, wenn er eh wieder kommt. So könntest du argumentieren, warum du diesen Gap hast. Und jede Krise ist völlig egal. Also US-Gewerbeimmobilien, selbst wenn da vielleicht nochmal eine Bank, also irgendeine mittelgroße Bank oder so, in Schieflage gerät in den USA, irgendeine Regionalbank. Bullisch. Was weiß ich, selbst wenn die Inflation jetzt nochmal zurückkommt, alles wurscht, weil Notenbank schmeißt Moneyprinter an. So, das ist die simple Grundthese, die die Märkte gerade fahren. Und deswegen explodiert Bitcoin, explodiert Ethereum. Steigen die Märkte auf neue Rekordlevel. Ohne Unterlass. Also die Welt ist ja generell leider multikausal. Sonst wäre das Leben viel zu einfach. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass das ausschließlich so ist. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt eine Regionalbank in den USA pleite geht, das wäre so richtig bullisch. Weil dann wissen wir ja eh, dass wieder was passiert. Dementsprechend Bankenpleiten wären gut. Waren letzten März ja auch super Bankenpleiten. Es gibt natürlich auch noch andere Begründungen. Du hast diesen Hype um künstliche Intelligenz, dann hast du ja durchaus auch Earningswachstum, wenn man sich jetzt so ein Nvidia oder was anschaut. Die ist ja nicht so völlig absurd bewertet, wie der Chart vielleicht nahe liegt, unter der Prämisse, dass das Earningswachstum halt weitergeht. Aber es trägt sicherlich dazu bei, dieser Glaube, dass Zinsen sowieso fallen müssen. Und das Einzige, was das vielleicht irgendwie noch zerschießen könnte, wäre, wenn du wirklich jetzt nachhaltig ansteigende Inflationsraten wieder siehst. Im Moment sind die ja stagnierend so bei 4%. Da kann man aber auch wieder sagen, ja, das wird dann egal sein. Höhen wir mal das Inflationsziel in drei Jahren. Sagen wir mal, es sind 3%, 3,5% das neue Inflationsziel, dann passt das. Ja, okay. Ja, also Marktpreis eigentlich, also es wird kein richtiges Goldilocks, aber es geht tendenziell eher wieder in diese Richtung. Also wenn man so moderates Wachstum, klar, momentan ist es mau, aber es könnte wieder moderat werden. Wir haben zwar erhöhte Inflation, aber selbst die kommt einigermaßen zurück, wird vielleicht nicht auf Vorkrisenniveau wieder fallen, aber das war ja sowieso auch schlecht, weil da hatten wir immer Deflationsgefahr. Und dann haben wir noch Zinssätze, die auch ein bisschen höher bleiben als bei Vorkrisenniveau, aber grundsätzlich kommt es runter. So, also eigentlich wieder auch ein Goldilocks-Szenario so. Ja, das Lustige ist nur, dass du manchmal so Inkonsistenzen hast. Zum Beispiel sind wir ins Jahr reingestartet, da hatte der Markt, von den Federal Funds Futures kann man das ablesen, fast sieben Zinssenkungen eingepreist. Aktuell preisen wir, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, irgendwas zwischen drei und vier ein. Also wir haben eigentlich die Hälfte fast schon ausgepreist und sind trotzdem weiter gestiegen. Das heißt, wenn wir die jetzt später wieder einpreisen, dann können wir ja noch weiter steigen wahrscheinlich. Also manchmal ist so ein bisschen eine Inkonsistenz in dieser Argumentationskette dann auch drin, aber ich glaube, das ist so im Wesentlichen das, was gespielt wird. Ja, okay. Geldschöpfung noch einmal, weil wir haben uns ja vor diesem Interview hier nochmal auch ganz kurz verständigt, worüber wir sprechen. Du hast gesagt, also bei Geldschöpfung, da kursieren auch, unter anderem durch Finfluencer, ich hoffe nicht durch mich, auch, naja, so ein bisschen ein paar Fake News. Hol uns doch mal ab, was wird da falsch kolportiert? Also es gibt natürlich auch viele, die das richtig und wunderschön erklären. Aber diese generelle falsche These, die man oftmals eben auf manchen Quellen findet, meist verbunden mit Kauf mein Coaching, die Welt bricht zusammen, ist immer, dass Geschäftsbanken völlig frei Geld erschaffen können. Weil wenn dir eine Geschäftsbank einen Kredit gibt, dann schreibt die halt, wenn man jetzt mal Eigenkapitalvorschriften, Mindestreserve, die hat nichts mehr Krediten, sondern mit Einlagen zu tun, aber immer mal alles. Du sagst, du brauchst jetzt eine Million Kredit, gehst zur Sparkasse, dann schreibt du die Sparkasse eine Million auf dein Konto gut und bucht einfach auf, das ist die Passivseite der Bilanz, bucht auf der Aktivseite der Bilanz, dass sie dir eine Million an Kredit vergeben hat, das war's. Und dann steht irgendwo bei der Deutschen Bundesbank, da gibt es mehrere Quellen, aber da steht öfters immer, Kundeneinlagen werden für die Kreditvergabe nicht benötigt. Und dann stoppen wir mal alle und sagen, okay krass, deswegen können Geschäftsbanken, die können ja beliebig Kredite vergeben, beliebig, die schaffen das aus dem Nichts. Aber es liest halt keiner weiter, weil der Satz bei der Bundesbank geht dann halt weiter, wenn gleich Kundeneinlagen nicht schädlich sind und eine etwaige spätere Refinanzierung vorwegnehmen. Weil wenn du nämlich deine Million dann abhebst oder wegüberweist an eine andere Bank, weil normalerweise willst du ja damit was machen und freust dich nicht einfach, ich hab eine Million am Konto, ich bin so cool, dann braucht die Bank am Ende doch insbesondere Reserven bei der Notenbank für den unwahren Zahlungsverkehr oder um das in Bargeld umzuwandeln, wenn du so verrückt bist und die Millionen in Bar auszahlen lassen willst. Und dazu werden dann entweder Kundeneinlagen benötigt oder beispielsweise Kredite von der Notenbank. Dann sind wir bei der Quelle, die wirklich Geld erschaffen kann, das wäre nämlich dann tatsächlich eine Notenbank und nicht eine Geschäftsbank. Die Geschäftsbank kann es zwar im ersten Schritt bilanziell abbilden, aber wenn das Geld einen Nutzen findet, dem es wegüberwiesen wird oder sonst was, dann brauchst du es am Ende doch. Das ist was, was in vielen Erklärvideos zu Geldschöpfung leider immer ignoriert wird. Ja, ja, okay. Und besonders dadurch, dass ja da auch eine Kreditprüfung stattfindet, ist ja zumindest auch mal sichergestellt, dass da halbwegs eine Plausibilitätsprüfung für den Verwendungszweck dann letztendlich da ist, dass das halt was hoffentlich ökonomisch sinnvolles ist. Also zumindest im Firmenkundensektor würde ich das jetzt einfach mal zumindest so grob reinstellen, die These. Bei Konsumenten bin ich nicht so sicher. Ja, ökonomisch sinnvoll, glaube ich, nicht unbedingt, aber dass die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung halt hoch genug ist. Sonst wäre es ja wirklich ein Problem. Ja, 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 ja. Ja, okay. Genau. Und ich glaube, das Problem ist, weil das Geldsystem ist ja nicht so einfach, sondern es gibt bewusst ja nochmal Differenzieren zwischen Buchgeld, Bargeld, Zentralbankgeld und das kann dann relativ komplex wirken, aber für ein Grundverständnis, glaube ich, braucht man diese ganzen Begriffe eigentlich nicht und kann es auch so erklären. Zumindest versuche ich das immer. Okay. Sag mal, was hältst du denn eigentlich von Krypto? Bitcoin und Ethereum. Bitcoin und Ethereum. Achso, also, nee, das hast du im Portfolio oder was? Das habe ich im Portfolio, ja. Okay, da sind wir in einem Camp dann irgendwie. Aber nee, die Frage zielt eigentlich darauf ab, also, genauer ausgedrückt, was hältst du von Bitcoin und ist das für dich tatsächlich, also ist das einfach nur ein Asset, was potenziell gut abgehen kann, Rendite bringen kann oder ist das auch etwas, was aus deiner Sicht irgendwann auch mal in so einer monetären Komponente dann wirklich spannend ist? Also, ich habe Bitcoin und Ethereum in meinem Portfolio völlig unideologisch, sondern ich habe das angefangen Anfang 22 zu akkumulieren in der Hoffnung, dass wenn die Zinssenkungen kommen, wenn es Halving kommt, die Spekulationsmanie wieder anfängt. Bisher hat es funktioniert, ob das am Ende gut geht, weiß ich nicht, weil ich will vor 100k eigentlich nicht aussteigen. Aber, also, das ist für mich völlig unideologisch. Das habe ich einfach gekauft, weil es für mich eine asymmetrische Wette war. Ich habe einfach das Upside-Potenzial größer gesehen als das Downside-Potenzial, auch wenn du natürlich trotzdem immer 100% verlieren kannst. Wenn du mich aber nach der anderen Frage fragst, welchen Nutzen dieses Ding vielleicht haben kann, dann würde ich das am ehesten als so eine Art digitales Gold vielleicht sehen, also jetzt Bitcoin betrachten. Ja, du kannst natürlich noch mit tausend anderen Nutzen Dingen kommen, kannst Ethereum, Smart Contracts, was auch immer, kannst du ja mit jemandem, der sich besser auskennt als ich, über dieses Thema vermutlich drei Stunden debattieren. Aber wenn du dir jetzt einfach mal überlegst und ich hoffe, da kriegen wir nicht zu viel Hate dafür, bei einem Marktgeflüster-Podcast kriegen wir immer Hate dafür. Bitcoin ist eigentlich genauso nutzlos wie Gold. Gold bringt dir eigentlich gar nichts. Du kannst Gold nicht essen, gräbst das, ja, da haben wir das Thumbnail, da haben wir das Thumbnail. Die Hedgefonds sind für eine Art und Bitcoin und Gold sind nutzlos, sehr gut. Aber bitte mit einem gewissen satirischen Aspekt das Ganze betrachten, die Leute, die jetzt zuhören. Also Gold hat halt eigentlich keinen Nutzen. Du kannst halt nichts damit machen. Ja, der ökonomische Nutzen von Gold ist sehr, sehr beschränkt, sagen wir es mal so. Ja, du hast irgendwie, glaube ich, so einen saisonalen Effekt. Zumindest haben manche behauptet das, wenn die indische Hochzeitssaison anfängt. Also tatsächlich ist es anscheinend so. Aber eigentlich hat es keinen wirklichen Nutzen, sondern dient zum Beispiel für eine Zentralbank. Eine Zentralbank kann es sagen, als Zentralbank brauchst du immer, sagen wir, Fremdwährungsreserven. Wenn deine eigene Währung zu stark wird, kannst du immer schwächen, indem du sie printest. Wenn du sie aber stärken willst, weil sie schwächer wird, dann brauchst du irgendwas, ein Hard Asset, das du verkaufen kannst dafür. Dafür kann Gold beispielsweise dienen oder US-Dollar-Reserven oder sonst was, wenn die FED dir das halt wegsanktioniert. Aber eigentlich hat Gold nur diesen Nutzen, dass wir uns halt darauf geeinigt haben, dass es halt ein Wertspeicher ist. Also theoretisch kann man ja sagen, dieses ganze Lagern vom Gold, super komplex, alles scheiße, aber auch Bitcoin für ihn. Das ist so mein Gedanke dabei. Ob das wirklich in der Realität dann da jemals hinkommen wird, habe ich keine Ahnung und habe auch persönlich keinen Blut drauf, sondern für mich ist es quasi so eine Portfolio-Komponente aus Spekulation. Will aber nicht ausschließen, dass das tatsächlich ein sinnvolles Asset werden kann in der Zukunft. Aber darauf setze ich quasi nicht, sondern weiß es halt einfach nicht, ob es passiert oder nicht. Und das ist ein wunderbares Schlusswort, Holger. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich habe es ja mit Befremdung wahrgenommen, dass alle Leute zu dir live ins Studio kommen wurden, eingeladen sind, aber ich hier digital zugeschaltet werde. Also Einladung steht. Du bist jederzeit herzlich willkommen hier in München. Und dann sehr, sehr gerne. Kommt vorbei. Du bist herzlich eingeladen. Ich werde die Drogen irgendwann wahrmachen. Sehr gut. Alles klar. Also danke dir. Danke. Bis dann. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Professor Dr. Holger Graf. Ein super Typ, wie ich finde. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Gespräch mit ihm hier auf meinem Kanal gewesen sein wird. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr Holger noch mal hier sehen möchtet und welche weiteren Themen wir noch eruieren sollen gemeinsam. Also, wenn man schon mal so einen Finanzprofi da hat mit so viel Erfahrung, dann lohnt es sich natürlich seine Expertise hier auch noch mal richtig anzuzapfen. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch ging es genauso. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video hier. Und ansonsten habe ich wirklich viel gelernt. Also mir war das zum Beispiel mit dem Flow Trading so nicht bekannt. Und auch sozusagen diese geheimen Tricks wie die Investmentbanker, sozusagen ihr Netzwerk dafür anzapfen, um auch immer minimale Informationsvorsprünge vor anderen zu bekommen. Ja, also das war auf jeden Fall hochspannend in meinen Augen, da mal exklusive Einblicke zu kriegen hinter die Kulissen von so einer Investmentbank. Und wie gesagt, wenn ihr das feiert, dann lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle keine weiteren Worte mehr. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute. Euer Timo.